Jo, meine lieben Freunde, was geht ab, JörgTV ist wieder einmal back on YouTube. Mir wurde per Privatnachricht ein Video geschickt. Zuerst habe ich mir nichts Böses gedacht und habe das Video angeklickt. Was ich danach gesehen habe, ohne Worte, ohne Worte, begeben wir uns ganz kurz in das Video rein. Alter, gib mir doch jetzt mal einen Gürtel. Ja, das soll ich meinen Geben, Alter. Mona, jetzt gib mir einen scheiß Gürtel, Mann. Halt, frech, ich will einen Gürtel. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass die Tochter ihre Mama filmt, die Mama gerade die Kleidung aufeinanderlegt und sauber macht und die Tochter mit ihren Füßen, ich wiederhole, mit ihren Füßen auf ihre Mutter tritt. Ja, das soll ich meinen Geben, Alter. Mona, was soll ich denn hier heulen? Alter, jetzt gib mir doch mal einen verfickten Gürtel, Mann. Mona, halt dich frei so und gib mir einen Gürtel. Hallo, gib mir einen Gürtel. Mann. Mona, gib mir einen Gürtel. Dann zeig ich das Video meiner Klasse, ne? Ja, was wollen sie denn da sehen? Ja, sie wissen alle, was du für eine Fotze bist. Gib mir jetzt meinen Gürtel. Ich hab keinen, Alter. Hey, gib mir trotzdem meinen Gürtel. Ich hab keinen. Wisst ihr, was ich dazu sagen werde? Ihr merkt es bis jetzt nicht. Ihr merkt das alles nicht. Ihr seht, ich hab ne Mama, ist ganz normal. Jeder hat eine Mama, ganz normal, ganz easy peasy. Aber wenn euch die Mutter genommen wird, dann steht ihr da und sagt, ach, ha, was? Ich will euch ganz kurz etwas erklären. Deine Mama hat dich neun Monate lang in ihrem Bauch getragen. Sie hat dir von ihrem eigenen Körper ihre Nährstoffe gegeben, damit du stark und gesund wirst. War diese Person, die immer für dich da ist, ist auch die Person, die immer hinter deinem Rücken steht. Aber du merkst es nicht. Aber weißt du, wann du es merkst? Wenn sie weg ist, wenn sie fort ist, dann merkst du es. Man kann, wenn man will, eine sehr gute Freundschaft mit der Mama abschließen. Nur wenn man will. Die Mama hat immer die Hände offen und sagt, komm her, Sohn, komm her, Tochter. Die Mutter ist ein Engel auf Erden. Wenn du deine Mutter mit deinen Füßen trittst, wenn du zu deiner Mama sagst, halt die Fresse oder halt's Maul, dann bist du ein Mensch, der keine Mutter verdient hat. Ich hab eine Bitte an euch. Wie wär's, Leute, wenn ihr dieses Video teilt? Ich möchte es nicht teilen wegen mir. Teilt es für diese Mutter in diesem Video. Die Tochter droht der Mama es den Schülern in der Klasse zu zeigen. Und die Mama hat trotzdem nichts dagegen gesagt. Und hat trotzdem ruhig und bescheiden mit ihrer Tochter geredet. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr für die Mutter dieses Video teilt, damit ihr zeigt, dass diese Tochter eines Tages unter Vernunft kommt. Denn es wird nicht lange sein. Und dann ist irgendwann mal die Mama fort. In diesem Video möchte ich dir, Mama, sagen, ich liebe dich über alles. Danke, dass du immer für mich da bist. Danke, dass du wirklich mich so erzogen hast, wie ich bin. Und ich bin sehr glücklich, wie ich bin. Ich danke dir für alles, Mama. Ich wäre sehr glücklich, wenn ihr nach diesem Video einfach dieses Video teilt und einfach in euch hineingeht. Geht einfach in euch hinein. Geht nach diesem Video zu eurer Mama und bedankt euch einfach. Bedankt euch einfach. Danke für alles, meine lieben Freunde. Danke an Ihnen Einzelnen, der mich weiterhin unterstützt. Danke an Ihnen Einzelnen, der dieses Video teilt. Mein Name ist Georg Armanius und Peace out.